In diesem Video teste ich von Rocker Nutrition eine weihnachtliche No Way Sorte mit dem Namen Hot Chocolate Gingerbread. Mit Wasser zubereitet erhält man einen super cremigen Shake, der fein schokoladig und nach Lebkuchen duftet. Die Konsistenz des Shakes ist wie ein Schokomilchshake, super cremig, null sandig und man merkt zu keinem Zeitpunkt, dass dieses Proteinpulver bzw. der fertige Shake vegan ist. Es schmeckt fein schokoladig mit einer leckeren Lebkuchennote, die nicht zu aufträglich ist, aber trotzdem einen weihnachtlichen Flair aufkommen lässt. Ich finde diese Sorte mega lecker. Von meiner Seite her eine absolute Empfehlung. Wer gerne weihnachtliche Shakes mag, dem könnte diese Sorte eine leckere Geschmacksfreude bereiten. Bis zum nächsten Mal! Vielen Dank.